Frauen und Fußball passen nicht zusammen, sagen viele. Wir sagen Schluss mit Schubladendenken. Das hier ist Aileen Jaren, Profi-Freestylerei. Aileen hat jetzt ein paar Moves gezeigt, jetzt bin ich dran. Ja, guck mal, das sieht doch gut aus. Gibt ihr das warm? Sie braucht gar nicht Training. Sie hat das schon im Blut. An alle Fitness-Youtuber jetzt da draußen, wenn ihr solche Liegestütze machen könnt, dann seid ihr 50-40. Und ich zähle. Zählst du? Ja. Eins, zwei, drei, fünf. Ja, Leute, Aileen und ich betteln uns jetzt im Latten-Schießen und der Verlierer bekommt immer Arschbolzen. Aileen, wer als erstes drei hat, gewinnt. Okay. Okay. Hey, what the fuck? Jetzt bekomme ich Arschbolzen. Ja, Leute, ich bekomme jetzt Arschbolzen und falls ich das nicht überleben sollte, wollte ich sagen, Mama, ich hab dich lieb und Danny, du bist der beste Kameramann der Welt. Ja, Leute, deswegen sollten Frauen kein Fußball spielen, ihr wisst Bescheid. Ja, Leute, ich bin dran. Ja, Leute, ich bin dran. Ich bin dran. Ja, Leute, ich bin dran. Ja Leute, das war's mit dem Video, wenn es euch gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da und schreibt unten in die Kommentare, wen wir als nächstes herausfordern sollen. Aileen, danke, dass du am Start warst. Egal, welche YouTuber schreibt unten in die Kommentare, wir fordern jeden heraus, wir nehmen es mit jedem auf und wir sind mal gespannt, wer sich traut. Genau. Danke fürs Zuschauen. Schreibt gleich die Kommentare. Schluss mit Schubladendenken. Genau. Genau.